Angela Merkel, mit bürgerlichem Namen Angela Dorothea Kassner, wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren. Sie ist eine der prominentesten Politikerinnen der modernen deutschen Geschichte und amtierte von 2005 bis 2021 als Bundeskanzlerin. Obwohl ihre Karriere brillant und international bewundert ist, birgt sie viele persönliche Schmerzen und Tragödien, von denen nicht jeder weiß. Angela Merkel wuchs in Ostdeutschland auf, wo sie ihre Kindheit in einem Umfeld verbrachte, das streng vom kommunistischen Regime der DDR kontrolliert wurde. Sie studierte Physik und promovierte am Zentralinstitut für Physikalische Chemie in Ost-Berlin, bevor sie nach dem Fall der Berliner Mauer eine politische Karriere begann. Ihre Entscheidung, sich der Politik zuzuwenden, galt als mutiger Schritt, insbesondere für eine Frau in einer Gesellschaft, in der Männer die Politik dominieren. Dies stellte für Merkel eine Menge Druck und Herausforderungen dar, aber sie meisterte alles und wurde Deutschlands erste weibliche Ministerpräsidentin. Im Laufe ihrer Karriere wurde Merkel von politischen Gegnern und sogar von ihrer eigenen Partei kritisiert und unter Druck gesetzt. Schwierige Zeiten wie die globale Finanzkrise 2008, die Staatsschuldenkrise der Eurozone und die Migrationswelle 2015 setzten sie stark unter Druck. Merkel versucht stets, ein ruhiges, entschlossenes und standhaftes Image zu bewahren. Doch hinter den harten politischen Entscheidungen steht eine Frau, die sehr leidet und einsam ist. Es gab Zeiten, in denen ihr vorgeworfen wurde, sie sei bei der Lösung der Probleme Europas, insbesondere der Migrationskrise, nicht entschlossen genug. Heftige Kritik und Druck kommen nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch aus der Öffentlichkeit und sogar innerhalb der CDU. Dies führt dazu, dass Merkel oft in Isolationssituationen gerät. In einem Interview gab sie zu, dass ihre politische Arbeit dazu geführt habe, dass sie sich von vielen Verwandten, darunter Familie und Freunden, distanziert habe. Sie musste viele Opfer bringen, um ihre Position zu behaupten und für Stabilität in Deutschland zu sorgen. Merkels größte Trauer liegt nicht nur im politischen Druck, sondern auch in persönlichen Geschichten, die sie selten preisgibt. Sie heiratete zunächst Ulrich Merkel, einen Schulfreund, aber die Ehe hielt nicht und das Paar ließ sich 1982 scheiden. Später heiratete sie Joachim Sauer, einen Chemieprofessor und berühmten Wissenschaftler. Obwohl ihre Ehe glücklich schien, hatten beide Schwierigkeiten, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Joachim Sauer, der von Natur aus sehr zurückhaltend ist und selten in der Öffentlichkeit auftritt, erzählte einmal, dass er, obwohl er seine Frau liebte und unterstützte, traurig war, als er sah, dass Merkel so viel für ihre Karriere opfern musste. Merkel und Sauer haben keine Kinder, was Gegenstand öffentlicher Kontroversen und Spekulationen war. Sie musste sich heiklen Fragen stellen, warum sie keine Kinder hatte, und der soziale Druck lastete schwer auf einer Frau in der höchsten Führungsposition des Landes. Dies führte dazu, dass sie sich oft einsam und untröstlich fühlte, auch wenn sie versuchte, ihre Gefühle nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. In privaten Gesprächen gab sie zu, dass sie sich manchmal leer und bedauerlich fühle, wenn sie keine Kinder habe. Merkels politische Karriere ist voller Erfolge, aber Misserfolge und politische Skandale kann sie nicht vermeiden. Ihre Entscheidungen während der Migrationskrise 2015 brachten ihr heftige Kritik von Oppositionsparteien und sogar CDU-Insidern ein. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie gegenüber Einwanderern zu sanft und offen sei, was zu Sicherheits- und sozialen Problemen führe. Dieser Skandal beeinträchtigte nicht nur ihre Karriere, sondern ließ auch Merkels Image in den Herzen eines Teils der deutschen Bevölkerung verblassen. Joachim Sauer, ihr Ehemann, trat für seine Frau ein und bekräftigte, dass sie trotz des großen Drucks der Öffentlichkeit und der Politik immer noch eine starke und standhafte Frau sei. Er erzählte einmal, dass es ihm am meisten weh tat, zu sehen, wie sein Partner unter Druck und Kritik stand, ohne dass er dies mit irgendjemandem teilen konnte. Allerdings verriet Sauer auch, dass die beiden immer versuchen, wann immer möglich Zeit miteinander zu verbringen, was ihnen über die Jahre hinweg dabei geholfen hat, eine starke Beziehung aufrechtzuerhalten. Im Alter von 70 Jahren zog sich Angela Merkel offiziell aus der Politik zurück und hinterließ ein großes Erbe und viele Geschichten. Auch wenn sie sich aus der Politik zurückzog, hinterließen ihre Jahre des Drucks und der Opfer immer noch einen tiefen Eindruck. Derzeit versucht sie, einen Ausgleich im Leben zu finden und die Zeit mit ihrem geliebten Ehemann zu genießen. Das Leben nach ihrem Ausscheiden aus der Politik könnte Merkel Momente des Friedens bescheren, auf die sie während ihrer Zeit als Ministerpräsidentin verzichten musste. Doch angesichts dessen, was sie durchgemacht hat, kann Merkel den Schmerz und die Trauer, die sich über die Jahre angesammelt haben, nicht verbergen. Sie teilte einmal mit, dass der Preis dafür nicht gering sei, obwohl sie viele Erfolge erzielt. So, happy to help and answer any questions in any way that we can. If you're interested in one of these calls, we'll go through your business specifically. We'll go through all the tasks that are going on in your day-to-day and we'll help you streamline and simplify everything that's going on in your business. So, again, whether you hire us or not, if you want to spend some time with us, we can go through that process with you. The calendar link is just discovery.rocketstation.com, which is discovery.rocketstation.com. I do want you to type in there that you saw me on Grant's webinar so the team knows where you're coming from. And they'll spend some extra time with you going through all of this stuff. We're very thankful to be a part of Grant's program, and this is something that we don't really do that often. But for any of you that want to spend a little bit of time with us, happy to do it. No obligation. Greg's great. Super creative. So, if this is something that you're interested in implementing in any way, please just jump on the calendar and spend a little bit of time with us. And, Grant, that's kind of all I have. Does anybody have any questions that we could go through right now? That's awesome. You're starting to get some praise in the chat, and I do have a couple of questions I'm going to ask. But first of all, I just want to say thank you for the incredible presentation. I know that I've personally worked with Rocket Station, which is why you're even allowed to be here for the most part. You know, you guys have worked together, and we've had great success with some of the work that we've done, and your team is just fantastic. You guys taught me a lot whenever I started working with you about this whole process. Like, I thought I was pretty good at creating systems and processes with some of the stuff we do, but you guys really helped us even oversimplify how to do it so that as we continually create systems and processes and hire people, not only did you guys help me out when I needed it, but you taught me how to install a system that moving forward would help us just ongoing understand how to create those things. So I really appreciate that. I got a question from Joe. It says, for a single agent or small team of agents, no employees, what can you do for ISA or marketing support? Yeah, so if you mean we can do both sides of the ISA, we can be your ISAs or we can support your ISAs in whatever capacity you're looking for, Joe. Like, we have amazing team members. One of the big questions people usually ask is, like, what about English proficiency, what about communication skills, and what about their abilities to be on the phone? The idea, when you work with Rocket Station, I'm not speaking for any other company. I'm just speaking for us. The idea is that no one would have any idea that you're teens.